Wir sind auf der einen Seite kommunale Behörde und auf der anderen Seite sind wir staatliches Landratsamt und daraus erwächst eine ganz spannende Aufgabe, die des Landrats. Was macht den Azubis am meisten Spaß? Das ist, glaube ich, die Abwechslung, die wir hier haben. Jeder Tag ist anders, man kommt mit Menschen in Kontakt, also die klassische Denkweise von der Behörde, der verstaubten Behörde, das ist längst Vergangenheit. Es entscheiden sich ganz viele für den Landkreis Augsburg, was die Ausbildung betrifft. Gott sei Dank, wir haben eine ganze Reihe von Bewerbungen jedes Jahr. Ich denke, wir sind ein interessanter, attraktiver Arbeitgeber mit einer ganzen Reihe von verschiedenen Arbeitszeitmodellen und das Landratsamt ist natürlich auch ein sicherer Arbeitgeber, ein sicherer Arbeitsplatz. Also ich glaube, da sind wir ganz attraktiv und es lohnt sich, sich bei uns zu bewerben.